Musik Ein Fasshof ist Gasserl hieß es in der momentan durch die Baustelle durchgerüttelten Ben Gartensiedlung. Gerade das Richtige in dieser heißen Jahreszeit. Ob Hund, ob Kind, ob Erwachsener, alle hatten Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Kramat-Neisiedler. Wir sind da jetzt in der Winzergasse und haben da ein gutes, schönes Event von der Volkspartei Kramat-Neisiedl. Die ganze Verwandtschaft ist da, die trinken und essen wie bis zum gehtnimmer. Und das haben wir alles dem Herrn Rosen zu verdanken. Darf ich dich bitten, ein paar Worte dazu? Didi, danke. Also Gott sei Dank ist nicht nur die Verwandtschaft da. Da sind da die Bewohner vom Weingartenfeld und es freut mich, dass sie so viel gekommen sind und unsere Einladung angenommen haben zum Fassl fürs Gassl. Wir schinken da heute ein Zwickel aus. Es passt optimal zu den Temperaturen. Ich glaube, die Leute unterhalten sich gut und ich hoffe, dass wir da noch einen gemütlichen Abend verbringen und hoffe natürlich auch, dass ich so die eine oder andere Sorge der Menschen da erfahreite. Ja, derzeit ist ja da im Weingartenfeld eine große Baustelle und das sorgt für viel Staub, sage ich jetzt einmal. Viel Staub, ja, in diesem Sinne. So wurde noch bis tief in die Nacht gemütlich weiter getrascht und geplaudert. So wurde noch bis tief in die Nacht gemütlich weitergelegt.